Hallo Leute, viele Grüße heute mal wieder aus der First Class von Emirates, der Flug von Frankfurt nach Dubai. Ich möchte euch ganz kurz etwas vorstellen. Schaut mal her. Neben dem Burden Dom Perignon Champagner bekomme ich hier eine ganz wunderbare Schlafmaske. Ich kriege wunderbare Slipper, sogar in der Größe, die ich haben möchte. Und einen erstklassigen Pyjama. Denn man kann aus diesem Sitz natürlich ein flaches Rett machen. Ich habe hier meine kleine Minibar mit ein paar Getränken. Das ist immer sehr gut. Und dann kann ich auch natürlich nachher auch das Essen auf Wunsch ordern. Wir sind jetzt noch nicht gestartet. Das Boarding läuft noch. Was natürlich ganz klar ist, ist immer das Humanity Kit von Emirates mit sehr praktischen Dingen. Wie zum Beispiel, wenn man ein Schuss getroffen hat. Zum Beispiel hier verschiedene Sachen, die dann benutzt werden können. Zum Beispiel Zahnbürste und Zahncray. Hallo. Und Kevin Kruhl. Ja, Kevin Kruhl. Also? Arabisch Koffi server. Oh, ja. Das ist wunderbar. Vielen Dank. In Arabisch Koffi server. Das ist mit Almen. Wie ist die Orange Koffi? Ja, für mich. Wie ist die Orange Koffi? Wie ist die Orange Koffi? Wie ist die Orange Koffi? Okay, ich werde es auch probieren. Ja, das ist so nett. Okay, danke sehr. Ich werde es probieren. Will ich Ihnen ein bisschen Koffi offer? Ja. Hast du es vorher gehabt? Ja, ich habe es vorher und ich mag es sehr. Danke. Danke. Ja, jetzt haben wir es hier gerade einen echten arabischen Kaffee sowie verschiedene Mandeln, die richtig, richtig teuer sind. Das glaubt ihr gar nicht. Das sind richtig teure kleine, preziosi und Süßspeisen. Dazu ist hier natürlich ein Körbchen mit verschiedenen anderen Dingen. Das gehört nur mal hier mit an Bord. Genau wie auch ein Schreibset, genau genommen, könnte man es sogar mitnehmen, habe ich gar nicht nötig, habe ich schon zu Hause alles. Die Suite an sich ist sehr luxuriös, ich habe hier alle Dinge, an Annehmlichkeiten, die man sich mal wünschen kann, einschließlich eines richtig fantastischen Kiesens. Natürlich kann ich den Sitz in ein flaches Bett verwandeln, hier liegen auch schon Matratzen und weitere Kissen bereit. Ja, dann hoffe ich mal, es wird ein rohlicher Flug bis vorbei und ich nehme euch dann noch ein bisschen mehr. Schönen Abend, tschüss!